Aber Sie sagten doch, dass ich in Ihrem Essen keine Spur davon gefunden habe. Aber dafür woanders. Wo? In Ihrem Schreibtisch. Ich habe es ja gewusst. Ich habe gleich gewusst, dass der Schreibtisch irgendetwas damit zu tun hat. Als ich ihn heute Nachmittag da offen stehen sah, kam mir das sofort komisch vor. Warum? Ist ein offener Schreibtisch so ungewöhnlich? Für meine Tante ja. Tante Luisa ließ niemals ihren Schreibtisch offen, Inspektor. Sie tat sogar immer sehr geheimnisvoll damit. Wir kommen jetzt schon seit fünf Jahren hierher. Aber heute habe ich ihn zum ersten Mal offen gesehen. Haben Sie ihn schon mal offen gesehen, Monsieur Max? Nein. Noch nie, Inspektor. Und Sie, Monsieur Eric? Nein. Und keiner von Ihnen ist hier am Schreibtisch Ihrer Tante gewesen. Bitte denken Sie nach. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Verdauere, Inspektor, aber der Schreibtisch war immer verschlossen. Das war ja auch, als wir hier ankamen. Haben Sie ihn aufgebrochen? Das war nicht nötig. Der Schlüssel war in der Handtasche Ihrer Tante. Wir wollten die Papiere Ihrer Tante durchsehen. Wir hofften darunter vielleicht einen Hinweis zu finden. Stattdessen fanden wir... Stattdessen fanden wir einmal an da, bis jetzt noch nicht mehr.